Wir haben ab 8, wer wieder geht. 16.30 Uhr. 16.30 Uhr. Ja, ja. Aber irgendwann kommt noch die AIDA raus. Heutzutage wieder? Ja, oben. Ach, kommt die vorher schon runter? Nicht mit der Auslaufparade. Fährt vorher? Ja. Mit der Auslaufparade? Aber die AIDA rausgemacht. Fährt vorher. Ja, ja. Also bei der AIDA und der Großbrände, der steht, dass es bleibt, dass es bleibt, dass es bleibt, dass es bleibt. Sehr gut. Sind Sie denn schon mal in Schulgeburt gewesen, da wo die Schiffe gegrüßt werden? Ja, ja. Ich weiß nicht, man kann das schlecht sehen. Nee.